So, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars. Ich wollte mal wieder eine aufnehmen, weil ich so selten eine aufnehme. Oh, ich darf in die falsche Richtung. Richtig gut. Es geht gleich los, wir spielen hier 8x3. Alter, ich bin nicht alleine im Team. Oder? Nein, es sind 9 von 24 Spielen. Oh, okay. Mal gucken. Komm, der ist da. So, TT, oh man. Ich glaube, das war die Map, wo ich schon mal getrollt wurde. Yo, ich nehme das ganze Zeug hier. Scheiß drauf, ich nehme alles mit einpacken. Und bauen mir gleich ein Dia-Swert. Aber die anderen Sperrter kann ich hier reinpacken. Brauche ich ja nicht. Ähm, ich brauche mal kurz noch, äh, bevor ich jetzt Schwert baue, Stecker. Ah, die Schutzzeit endet, äh, endet jetzt hier. Ah, ich bräuchte noch ein bisschen, hä, kriechen jetzt hier noch ein bisschen eiser oder so. Lol, hier ist Rüstung dran. Nein, nein, warte. Ach, Puh, Puh, ich dachte schon, das wäre ein Gegner. Man muss mal, man muss ja auch aufpassen hier. Ich packe mal den Rast hier rein. Äh, hier die Rüstung. Okay, äh, wo ist denn hier eine Höhle? Ich brauche nämlich mal Diaz, genau, äh, Eisen. Ähm, hier unten war, glaube ich, auch noch was drin, aber wurde schon rausgenommen. Ja, ich glaube, die werden nicht so kurz zu uns rüberkommen. Ja. Ich brauche mal das eiser ab, bevor die anderen das abbauen, weil die haben ja schon ein bisschen bessere Rüstung, glaube ich. Aber irgendwie sind ja auch keine Diaz mehr komisch. Ich glaube, der eine hat sogar ein Kit gehabt, wo man Diaz-Rüstung direkt am Anfang hat. Ja, der hat schon ein bisschen Diaz-Rüstung. Ups. Okay, den Steigen kann ich auch noch benutzen. Boah, ich erschrecke mich hier. Ey, komm mal. Hä, wo das ein Muskel hier? Okay. Ich will die Folge jetzt auch nicht zu lange halten, weil ich muss noch hier das verarbeiten lassen und so ganz schnell. Weil ich sonst das nicht ganz schaffe, weil ich ja jetzt in Urlaub fahre und so kack, ähm, muss ich ja noch überhaupt produzieren. Macht das denn so, dass YouTube die Videos erst online stellt, an den Tag, wo ich das ausgewählt habe? So immer so zwei Tage dazwischen, wo ich kein Video auflade. Sonst wäre das viel zu viel Arbeit, ähm, und hier dann würde ich es auch nicht schaffen. Ich hab leider kein Eisen für den. Also, ich brauch selber Eisen. Ähm, ich hatte hier einen Crafting-Table. Oh, jetzt ist es egal. Oh, ich nehm noch einen. Äh, genau, Ofen. So, jetzt muss ich den mal bewachen. Ich hab Angst, dass sie das klauen, ja. Ah, mein Hals ist immer so morgens so grau. Kann ich gar nicht verstehen. Wohl schon ein Einzelstück. Mein, äh, mein Dings hier ist immer auch ein bisschen rau. Ähm, äh, äh, warte, was ist denn das? Der Hals, der genau gibt, der Hals. Hä, der Mund kann doch gar nicht faul sein, oder? Ich weiß es nicht. Okay, wenn sie rüber gehen, möchte ich mit Schnetzeln. Aber ich glaub, die sind schon, also haben schon geschnetzelt. Ich möchte ihnen aber mal helfen. War hier niemand? Nö. Hier war noch niemand. Also, ähm, ich mein damit. Ich glaub, hier war auch niemand auf der Insel. Kann das sein. Ich mein jetzt das so, von Anfang an. Oh, ach man. Egal, das Schwert brauch ich eigentlich nicht. Aber, ähm, wüsste ich mich hier mal perfekt aus, so. Essen kommt immer kurz vor dem letzten Slot. Also, ihr seht's ja. Weil ich, also eigentlich ist es so, also meines Survival Games, ähm, Reihenfolge. Weil dann kann ich nämlich ganz rechts die Pfeile haben. Und, ähm, dann seh ich auch immer wie viele Pfeile ich hab. Naja, müsst ihr mal beobachten, vielleicht, äh, seht ihr das ja mal. Äh, gut. Jetzt bauen wir noch ein bisschen mehr Eisen hier ab. Ich müsste, ich müsste mal schnell zurück, weil da ja auch mein ganzes Zeug berät. Bestimmt, wenn sich da jemand zu uns rüberbaut. Aber ich glaub, ach, mein ich bin doch nicht. Nee, es baut sich nicht mehr rüber. Aber, wer sollte es schon wahren? So. Aber ich hab ja auch noch zwei andere Folgen hochgeladen. Also, also, ähm, einmal, wie heißt das, ähm, Wage Move, genau. Äh, da hab ich, also, da wurde ich so getroffen, in der Luft. Wo ich richtig hochgeschleudert hab, trotzdem noch die Gegner getroffen. Müsst ihr euch mal angucken, war für mich eigentlich ziemlich geil. Ähm, und einmal die Bedrohers-Runde, da, wo ich abhauen wollte. Müsst ihr euch auch mal angucken, war ziemlich witzig. Wo ich dann weggerannt bin. Ähm, aber leider hat er mich, also, er hat mich nicht bekommen, aber ich bin so dumm gewesen und bin runtergefallen, weil ich rückwärts gelaufen bin. Ja, so ist das Bedrohers-Runde. So. Da muss man aufpassen. Ich glaub, hier ist nichts mehr. Ah, ne, ich glaub nicht, okay. Ich geb's auf. Ich bau mich mal zu der nächsten, also. Ich glaub, ich hab ein gutes Team. Achso, warte, ich guck nochmal in meinen Ofen. Und ess mal was. Okay, es dreht noch. Warte, was brauch ich noch? Schuhe. Dann hab ich ja alles. Vielleicht noch eine Spitzhocke. Ähm, okay. Lava einmal muss nach vorne. Essen hab ich ja gesagt auch so, und dann macht's einfach so. Also, 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 so, so. Nein! Oh, puh. Jo, ich dachte, ich fall runter. Shit. Hab ich mich grad erschrocken. Boah. Bitterisch. Oh, dir Schutz. Also, ein Helmet, dir. Äh, dir Helmet, schutz 1. Cool. Boah, ey, ich hab mich so grad erschrocken. So was will ich nicht nochmal erleben. Aber ich dachte schon nicht, wenn ich runter eilen. Äh. Da wär ich richtig so auf mich gewesen. Hier sind verdammt gute Sachen drin. Okay. Leider kein Bogen. Ähm. Es gibt ja nicht mal viele hier. Da ist ein gelber. Shit, das haben wir gar nicht gesehen. Haben die einen Bogen? Lol. Ja. Oh, shit. Nein. Oh, shit. Och, scheiße. Ich kann einfach PvP mit... Wer ist das? Lava Eimer überhaupt nicht. Geht nicht. Ich kann einfach kein PvP mit Lava Eimer. Äh, das kann ich überhaupt nicht. Das war richtig schlecht. Hm. Das sollte wirklich mal ein PvP üben. Aber es ist auf Wi-Fi Games oder so, bin ich sowieso besser. Na, unter Umständen bin ich ja gar nicht so schlecht. Also ich hab schon den Dreh raus, so. Aber manche bin ich einfach noch so ein bisschen nubig verschlafen, so eine Kacke. Na gut, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns bitte eine Wertung da. Ich würde mich freuen über ein Abo und ein Like und ja, bis zur nächsten Folge und ciao.